Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben zahlreiche Anfragen bekommen bezüglich diesem Container, auch einige Fragen und das möchte man etwas jetzt klarstellen. Wir verkaufen hier diesen Container als Eigentum, das heißt das Superedifikat. Was heißt das? Das heißt, das Grundstück gehört Stadt Wien, das heißt das Grundstück gehört nicht Ihnen, aber dafür der Container gehört Ihnen. Das heißt, Sie können eben diesen Container auf diesem Grundstück belassen und kaufen den Container in Eigentum. Hier haben Sie die Möglichkeit, entweder, also alle Branchen sind möglich, sprich Würstelstand bzw. Kebapphandel oder Pizza wäre hier möglich, was auch gegeben ist. Zurzeit ist es vermietet, das heißt auf drei Jahre wurde es vermietet, 620 Euro sind die Mieterträge. Deswegen, Sie zahlen auch keine Pacht, weil letztendlich derjenige, der das gemietet hat, zahlt eben auch hier die Pacht und die Pacht ist 3% vom Umsatz, was an den Staat gezahlt wird, aber der jetzige Eigentümer zahlt das nicht, der hat das eben brutto für Netto, diese 620 für sich. Es befindet sich in Wien, im 14. Bezirk, auf der Hütteldorfer Straße und preismäßig, sagen wir nach Vereinbarung, wie gesagt, wenn Sie ernsthaft wirklich daran interessiert sind, bitte rufen Sie uns an. Bis zum nächsten Mal, im Dream Immobilien, als man erkannt, begrüße Sie.